Die Musik war so schön. Ich bin total begeistert, muss ich sagen. Ich wollte im Oktober schon gehen. Und ich bin froh, dass ich es verlegt habe, weil ich total liebe Leute kennengelernt habe. Ich finde die Gruppe super, danke. Und ich finde es ein Wahnsinn, wie du das machst. Also total so angenommen. Die Stimme ist ein Wahnsinn. Was mich fasziniert, ist das Wertfreie. Also du schließt nichts aus. Das fasziniert mich total, weil es gibt, ich habe schon andere gesehen, die fasziniert mich, die spricht mich total an und die Hypnose fasziniert mich. Ich freue mich schon, wenn ich weiter machen kann. Schön, danke. Super, danke. Also ich muss auch sagen, es war ein ganz, ganz interessantes Wochenende. Es war das ganze Wochenende sehr, sehr stimmig, sehr harmonisch. und super. Also mir hat das ganze Wochenende extrem gut gefallen. Also es hat genau das gebracht, was ich mir erwartet habe. Also jetzt habe ich echt einen guten Einblick und jetzt freue ich mich schon auf Dezember. Das kommt schon. Ich habe Dezember da sein. Ja. Das habe ich kein Problem. Es ist echt vom Vortrag her total kurzweilig und ich habe nichts mitschreiben müssen. Ich glaube, wir haben es so behalten. Es war ein echt gut Vortrag. Und ja, da hat die Gruppe geworden. Total angenehm, muss ich jetzt sagen. Danke. Dankeschön. Mir hat es extrem gut gefallen. Und du hast gesagt, die Gruppe habe ich es auch so angenehm gefunden mit den unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten. Es war echt total lustig. Es hat viel Spaß gemacht und es ist einfach wirklich toll. Und du machst es einfach wirklich mit deiner angenehmen Art und Weise. Deine Stimme, das ist ja wirklich toll. Danke, danke. Vielen Dank. Was mir wahnsinnig gefallen war in Deiner Art der Vortrag und insgesamt war wahnsinnig spannend und steintig irgendwie aufregend. Es war lustig zum Zuhören. Man merkt auch ganz genau, dass du das gerne machst. Das muss man gar nicht sagen. Und es hat mich wahnsinnig viel gebraucht. Also ich bin total überrascht über die ganze Situation, was jetzt entstanden ist. Also natürlich auch ein Danke an uns alle da miteinander. Es war wirklich angenüttend und lustig. Es war keiner dabei, der irgendwie nicht einer gepasst hat. Das war wirklich angenüttend. Ja, mir hat es total gefallen. Es greift jetzt einfach alles so in sich. Meine Ausbildung, die ich im letzten halben Jahr gemacht habe, dass der Kurs jetzt hat es wieder ein bisschen bereichert mit wieder anderen Ansätzen. Ich werde es auch sicher anwenden. NLP, diese Mitteninduktion war nicht so meins. Das spricht mit ganz guter Tankenfeld. Und es eröffnet mir jetzt wieder neue Möglichkeiten. Du hast mir da jetzt wieder ein paar so Sachen in den Kopf gesehen, wo ich mir denke, ja, da geht es jetzt weiter. Du hast gestern gesagt, Seminaroholic warst, oder? Hast du es genannt? Ja, ich finde mit euch jetzt auch. Und ich freue mich schon über das Weitergehen. Ich glaube, das wird noch ein ziemlich spannender Weg. Danke dir auch. Danke an die Gruppe, die mich echt wohlfühlt. Es war wirklich, nicht mit euch mehr, ich finde ich, ich finde es sehr, sehr gut. Ich finde es sehr gut, aber.